Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim Tech-It-LP mit Phipps und ja, Tech-Town, wissen wir Bescheid. Wir haben gerade Phipps sein Zeug versenkt und müssen jetzt ganz schnell was machen. Ach, ich bin so toll. Du musst was machen. Weck mich, ich könnte es ja lassen. Water Electrolyzer, LV-Kapazitor, LV-Kapazitor. LV-Kapazitor. Was machst du denn? Silber, Gold. Ja, ich bin... Ich muss meine Sachen aufheben. Ja, ich komme da nicht runter. Warte, ich... Warte, ich... Warum machst du so eine Scheiße? Ich lasse mich einfach ein Jetpack oder sowas zu nehmen. Warum hast du so eine Scheiße? Du machst es wie immer zu schwierig. Schnauze, ich habe zu tun. Will dein Zeug retten. Merke ich, wenn ich bin schneller. Ja, aber du kannst ja nicht so... Das ist ganz runter in das Loch gefallen. In das tiefe Crurry-Loch. Ich weiß. So, jetzt habe ich mir in meinen Helm was eingebaut, damit ich unter Wasser atmen kann. Und jetzt rette ich dann Zeug da unten. Ich würde gerne runter, weil hallo. Irgendwie leckt der Server gerade bei mir. Seitdem du mich getötet hast. Ich sehe hier unten gar nichts. Ich komme mir vor wie so ein Mars-Mensch. Also, es wird mal hell, mal dunkel. Ich sehe hier gar nichts. Ich... Ich... Phipps, es ist irgendwie weg. Was war denn da dabei? Ich bin gleich auch weg. Viel. Fick die Hände. Hier oben liegt es ein bisschen. Aber nur Erde und Marble und Erde. Marble und Erde. Ja, das kommt davon, wenn du es drauf anlegst. Und Marble und Erde. Ja, warte mal. Wird es heller? Und Erde und Marble. Hallo. Da muss man sich so nah vor den Bildschirm setzen, damit man hier überhaupt was erkennt, ey. Also, ich würde mal sagen, viel Spaß beim Bauen, ne? Ja, was war denn das alles? Meine Quantum-Rüstung, mein Nano-Dingens... Äh, ein Diamond-Drill... Diamond-Drill kann ich dir geben. Meine Rüstung. Ja, wieso baue ich dir die Power-Armor zusammen? Und hier oben lag gar nichts mehr, oder wat? Doch, Erde, ein Kupferkabel und Marble. Oh, ist ja ultra viel. So ne Scheiße, Junge. Na gut, dann wird es Zeit, dass ich dir was Neues baue. Komm her, komm her, komm her. Ich gebe dir Asthaus-Rüstung. Das da und... Nein. Ey, hier, ich habe noch einen Mining-Drill. Ich habe dein Mining-Drill gefunden. Das ist toll. Komm her. Nein. Ich will mir jetzt erstmal Sachen holen, damit ich den Weg weiterbauen kann. Warte, so, einmal... Gravel. Zweimal... Das, das... Gravel. So. Ich baue da dann die Rüstung zusammen. Ich bin ja nicht so. Also, ich bin schon so, aber... Irgendwie auch nicht. Warum habe ich jetzt zwei Diamond-Drill? Ja, das war meine... Alter, ist das viel. Der Sewage-Collector-Tank ist voll. Ja, die produzieren viel Scheiße, würde ich sagen. What the fuck? Wie, wie, wie können die denn so viel kacken? Erstmal einen Schluck trinken. Ah, naja, erstmal Fitzgerald, whatever. Komposter. Erstmal Komposter bauen. Glass... Glass-O-Magic. Glass-O-Magic. Ich habe irgendwie Bock auf eine Wasserrutsche. Ich habe irgendwie Bock auf eine Rüstung. Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wie das kommt. Sorry. Oh, mein Ender-Bag ist auch weg. Ja, den baue ich dir auch. Nein. Du kriegst immer mehr zu tun. Fällt dir das gerade ein? Ich weiß. Also wir können aus LP ruhig noch die Länge ziehen. Das ist kein Problem. Wir finden immer was Neues. Ja, klar, klar. Wir können ja auch mal zur Abwechslung dich umbringen. Dann wird es noch mehr dauern. Länger dauern. Ja, aber das ist ja schwierig, mich umzubringen. Du könntest mir die Rüstung geben und ich schmeiße ihm Lava. Ja, ich könnte. Ich werde zwar nicht Alter. Du könntest. Das war die Rache dafür. Das war die Rache dafür. Naja, mich stürzt nicht, aber... Doch, dich stürzt. Ich weiß es. Penis. So, 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 so. Iron, so. 4 Iron 3. 4 Iron 3? Ja. Benutzt jetzt Codenamen? Ja. Zu deiner Zerstörung. Sag bloß. Die Zerstörung heißt... Ach, Quatsch. Codenamen haben die heutzutage. Kannst du mal sehen? Diese Superschurken da. Was ist das? Haha. Äh, 4 Iron... ...dreißen Ticks. Immer diese Superschurken. Und mein ganzes Essen ist auch weg. Scheiße. Ja, Alter. Sorry. I, I, I don't want to do this. Also. Ich hab's zwar getan, aber... Eigentlich wollte ich's ja nicht. Kann ich hier direkt ein Glasfaserkabel rüberlegen? Warte mal, wie sieht das denn aus? Ja, ja. So, 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 so ist das hier. Wenn man einmal nicht aufpasst. Warum kann man keine Marble Bricks zerschneiden mehr? Tut und tun? I don't know. Marble. Du bist nicht zufällig bereit, für die gute Sache, deine Solar Panels zu opfern? Ich opfer dir gleich mal Solar Panels. Du hast mir die letzten schon geklaut. Ich weiß. Wo ist denn das letzte eigentlich hin? Das hast du auch eigentlich. Das wär grad mal gut zu wissen. Das hatte altes Renn sich auf die Straße gebaut. Und dann war's auf einmal weg. Äh, ist auch irgendwie weg. Toll. Und ich hab meine 4. Ja, aber das sind ja nur die normalen, ist zu ver... Nee, das sind die erweiterte. Wir machen das... Was, das sind 4 erweiterte? Ich glaub schon. Ich guck mal hinten nach. Ja, weil für die Farm, weißt du, die Farm braucht Strom. Tagsüber. Zumindest. Low Voltage. Solar Array. Ja, ich könnte die schon gut gebrauchen. Ich könnte so nett sein, dir einen geben. Zwei. Nein, ein, weil du mich getötet hast. Ja, du kriegst ja auch eine Rüstung von mir, Junge. In drei Folgen. Ja, eventuell. Ja, siehst du, das dauert mir zu lange. Wenn die Rüstung fertig ist, können wir gerne weiterreden. Bis dahin hab ich mir auch noch eins gebaut. Ja, siehst du. Ich weiß nicht, dass ich die Rüstung nie kriegen würde. Wir sind dann 8. 8. Also 16. 16 von den Electronic Circuit's. Missing 30... What? Ich muss mal, ähm, irgendwie, ich wollte ja neulich schon mal... Warte, brauche ich wieder... Du hast jetzt meine Electric Wrench aufgehoben, oder? Ja... Ich glaube schon. Ich versuche es mal mit der, auch wenn es kaputt geht. Kannst du ja wieder haben, ich bochte eh nicht. Ich bin hängen geblieben. Alter, hab ich mich grad verschluckt. Lol. Okay. Dann Basic Logistika. Fangen wir noch eine. Und ich muss mal hier den ganzen Scheiß ausleeren. Iron. Ich brauche einen Induction-Fernance. Windstick. Ich könnte... Den einen brauche ich ja eh nicht. Wenn er zu einem Maschinenblock werden würde... ...wär das uns nicht. Ich mache es einfach so. Advanced Maschinenblock. Du bist jetzt laut gerade. Wie immer. Ja, ja. Induction-Fernance. Request Successful. Na? Wo bleibt der? So. Alles gut soweit? Das klingt so... Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Nur weil ich dir alles zerstört habe, wieder mal. Hinter mir war gerade auch ein Creeper. So langsam geht... Leu! Ja. Ich wollte gerade sagen, so langsam geht mir Minecraft auf den Sack. Okay, jetzt habe ich zwei Electric Fernance. Und jetzt... Back... 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 Gleich bestanden. Back... Back... Du kannst mir wenigstens schon mal irgendwelche Schuhe machen, womit ich keinen Fallschaden kriege. Das kotzt mich gerade so richtig an. Ich glaube, das sind sogar schon die Rubber-Boots. Electric Fernance. I want Machine Block und Copper drumherum. Ach, Quatsch. So. Frips, Rage-Count, wie wird's ab? Mhm. Wie wird's lautestem ausklicken? Wie ist das? Ich baue den Weg. Ja, man hört's. Kannst du nichts anderes erwarten. So. Dein Daktion von uns heizt sich mal auf. In der Schweiz habe ich selbst ans Zocken gedacht. Ich wollte mir erst eine neue Maus kaufen. Für 50 Euro oder so. Ja, das ist schon krank. Ich muss echt sagen, die sah gut aus. Die sah gut aus? Na, die sah ich gut aus. Aber in der Schweiz ist alles teurer, logischerweise. Ja. 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 Ich glaub, wenn das da so um die 50 Euro kostet, kostet das bei uns ca. 30. Könnte gut sein. Aber das kostet doch keine Euro. Die haben doch keine Euro. Ja, aber umgerechnet. Die haben Franken, ja. Franken? Schweizer Franken. Alter, ich will da nichts dran setzen. Verdammte Scheiße. So, hier. Ah. Redstone-Golden-Chipset haben wir da auch zwei. Oh Gott, jetzt muss ich das gesamte System umbauen. Oh mein Gott. Was kann man eigentlich mit der Scheiße jetzt machen? Was der Scheiße wird Dünger. Und das Dünger wird dann Futter für neue Kühe und damit werden dann neue Kühe, äh, Quatsch für Weizen und mit Weizen werden dann neue Schweine, äh, sozusagen gebreedet. Und dann werden die jungen Schweine, die neu gebreedet wurden, auf die andere Seite gedingst, also, äh, äh, geteleportiert, sozusagen. Und, äh, da werden sie dann, wenn sie ausgewachsen sind, gleich gekillt und zu Schweinefleisch verarbeitet. Also, recht, also recht tierfreundlich. Boah, die Scheiße ist ja oben, ist oben hin voll. Ah ja, die, die kacken mir die Wude zu, Mann. Verpisst dich, du scheiß Skelett, Alter. Ich hab nicht meine Waffe, um dich zu bekämpfen. Ich schon, willst du eine haben? Nein, mein Power Tool brauch ich, mein Power Tool ist mein Hell. Mein Mining Green kann alles. Ich bin tot. Lol. Hundertprozentig. Scheiße. Fickt euch, fickt euch doch einfach. Okay, jetzt ist, jetzt ist es wert. Rage-Modus. Jetzt leckt es wieder. Und es leckt schon wieder. Also, bei mir leckt es nicht. Das kann ich jetzt mal so festhalten. Du bist auch noch nicht gestorben. Doch. Nein. 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 Hast recht. Extractor-Modul. Geht's dir gut? Oh, jetzt geht's. Oh mein Gott. Ein Wunder. Ah, ihm geht's nicht gut. Alter, komm auf dein Leben klar. Oh, die Scheiße. Jetzt haben wir's geschafft. Alter, das ist nicht cool. Ich sag doch, es ärgert dich bis zum Tode. Naja, bis zum Tode jetzt auch nicht. Wenn ich sterbe wird, wirst du dich wüsst. Doch, du wirst dich dran erinnern. Hätte Phipps Bros nicht gerülpst. Dann wär ich jetzt nicht in dieser Lage. Mhm. Ja. Genau, das hätt ich denken. Das wirst du denken. Skelette, ich beschieß euch mit Eiern. Frisch gekochten Eiern. Mhm. Fickt euch doch einfach, wenn ich jetzt schon wieder sterbe. Nein. Ganz ehrlich. Verpisst euch. Ich hab nur noch eineinhalb Herzen. Pff. Pff. Lol. Orphelkopter. Okay, wenn ich fünf Herzen hab. Jetzt fängt dann zu regnen. Das spiegelt meine Trauer dar. Und jetzt geht's los. Oh, oh. Ich sterbe. Hundertprozentig sterbe ich. Hundertprozentig. Komm schon. Ja. Geschafft. Wer ist der King? Wer ist der King? Ich auf jeden Fall nicht. Gleich sterbt er. Nein, nein, nein. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Warum hab ich auf einmal zwei Eisenschaufeln? War die andere hier noch? War die da? Wer weiß? Na ja. Mann, 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 Mann. Bidi. Mann, Mann, Mann. Ich will zu sterben. Dada didi. Ich will zu sterben. Soll ich dir helfen? Dibibi. Nein. Ich bin ja eben nicht durch irgendwas andere. warum warum wir müssen gleich eine pause machen ich habe gleich kein bock mehr alter ich musste die brüste und baum in ein bisschen wartest dann baue ich ja die rüstung jedoch das kannst du in drei jahren machen ich kann es aber jetzt machen nein ja doch ich denke schon wir können folgen pausen machen guter wir sind in der nächsten folge dabei bei taktown bis zum nächsten mal macht's gut auf wiedersehen